lassen wir das noch ganz leicht anknuspern und dann können wir das baguette auch schon zusammenbauen und ich glaube wenn ich mir das schon anguckt ich glaube das wird gar nicht so schlecht das waren die abschnitte der ganze abfall das kleingemächte genau ich habe mir einfach so gedacht ich nehme das was keiner will und daraus auch nicht schlecht hast du dir ein paar von den bratwürsten geschnappt jawohl da bin ich gespannt wie der sandwich ist auch schon fertig das sieht ein bisschen zerstört aus war das meine gurke hast du die im links gefahren ich habe doch ich habe doch eine tüte mit gurke gehabt ach so ich habe doch auch mitgebracht ganz frisch aus dem gewächshaus das habe ich nicht gewusst hat was gesagt muss ich jetzt schon wieder so riesen ding essen ich habe sie extra kleiner geschnitten auf deinen ernährungsplan zugestimmt komplettes teil kann ich jetzt gar nicht essen ein bisschen fleisch drauf und gut ist das kann man sich hier einfach so wegpicken hier das reicht mir als probiererle da liegt da liegt so viel so viel fleisch rum da kann ich ja gleich gar nicht mehr aufhören aber ich kann es nicht sehen wenn so viel daneben liegt hilft nicht das war meins ich hab dir das vorhin schon mal erzählt wenn der zug weg ist es ja weg so wir haben noch zwei stücke was hast du da alles rein da ist nicht viel drin das ist nur baguette dann die wie gesagt die fleisch abschnitte dann pfeffer salz und senf satt bissel knoblauch dann zwiebel klar zwiebel und von der bärlauchbutter und der bärlauchbutter ist noch ein klicks drin die ich mitgebracht habe für später und ich würde sagen man kann es ja und von der frisch gemacht haben ja und von der frisch gemacht haben ja und von der frisch gemachte bratwurst so leute aus gründen von laden wir die kämmer mal wieder auf werden wir jetzt mal eine kurze video pause machen und nachher halt dann wieder filmen was es so geben hat sollte ich irgendwas verpassen zu filmen es gibt ja genügend andere wo auch noch filmen und vielleicht muss dann da ist wieder geladen mc allister verabschiedet sich gerade irgendwo hier hinten da ist er verlässt uns jetzt ein paar sachen habe ich wechs ladung der kamera jetzt hier ausgelassen schauen wir mal ob ich das noch schnell irgendwie die findet ihr die findet ihr auf meinem kanal oder auf dem kanal vom garpunkt oder auf den kanal vom philipp oder vom kanal vom barbier immer oder von irgendeinem anderen kanal die alle da sind so geht es ja philipp mach mal hier das töpfle auf da hat man aber noch nicht viel rausgegessen ich schon habe ich glaube auch noch gemacht alles im kühlhaus alles im kühlhaus alles im kühlhaus das holen wir heute nacht raus verdammt ich habe doch einiges verpasst ich bin da hinten so schön ganz gemütlich gehockt und naja was soll's irgendwie war ich mit dem stuhl verwachsen und hebe die haare grüße die füße hasta la vista tschüss und verschwind endlich ja unser kleiner zeitplatz ist ein bisschen gewachsen da wird rumgegammelt da wird auch rumgegammelt da rennt der nächste mit der kamera durch die gegend und der junkie hat natürlich freundlicherweise gerade dem mcdutch rausgelassen richtig richtig damit das stehen haben wir raus gelassen ja und jetzt gucken wir mal was da unten noch abgeht dann kann es dir passieren dann kann es passieren dass das fleisch so komplett runterfällt der umacht ist macht der kollege doch noch schaschlik heute ja und der philipp probiert mal hier wieder kohlen anzufeuern sagt er weißte die sprüche bringt er nur sitzt nur dahinten machen wir holen jetzt in philipp sein messer machen das arsch dennig das noch mal neu ich muss weg aber wollte mal sehen wie philipp auf dem kopf aussieht die kämpft sich mit oder ist er jetzt wirklich auf dem kopf keine ahnung im übrigen pass auf diesen mann galgrill auf ja wir haben hier so mann galgrill diebe anwesend nutzt ihn der matz hammer wenn er nicht umgegangen keine ahnung von der redet du hast doch einen oder ich habe ja ich habe ja ich habe neun mann galgrill ähnliches modell funktioniert super bist du zufrieden mit meinem grill mit deinem grill nein also ich finde mein mann galgrill echt gut also würde ich nicht wieder hergeben also richtig ganz so leute ich denke das heißt so viel wie der dürfte demnächst mal wieder bei mir aufschlagen vielleicht kommt ja das philipp dann auch mit wenn ich eine einladung bekomme sehr gerne ja dann macht es doch schon mal irgendwas aus das ist jetzt nicht wirklich euer ernst oder und da liegen die schaschliks drauf und werden von hand bedient original russisch halt mal die kämpfe vom mischi gekabert echter russischer schaschlik und jetzt machen wir hier das probierele live für euch live für euch und natürlich in der anderen camp fürs video das ist definitiv was ganz was anderes als wir das so kennen als sie das bis jetzt zu hause gemacht habe bombe einfach nur bombe deiner barbecue irgendwann soll ich doch noch richtig aussprechen glück ist deiner barbecue was hast du hier jetzt wo ich habe vor ich habe jetzt seit circa auch wie lange ist das jetzt fünf sechs sieben stunden bauchfleisch im sous vide gerät mariniert mit einer leckeren chimichurri das hole ich da gleich raus von beiden seiten ganz kurz richtig knackig hitze an grillen in scheiben schalen chimichurri wieder drüber und dann genießen darf ich dir einen tipp geben schmeiß einfach noch mal einen halben sack kohlen drauf schnappt irgendwas zum trinken und wart bis sie von selber glühen dann brauchst du zu lang wedeln schätze allein wir wollen aber pünktlich essen pünktlich ist doch mir egal wie du machst jetzt auch mal wieder was das sagt er sagt der der heute gar nichts gemacht hat ja nicht wahr hat das irgendjemand gesehen außer man praktikant der sowieso lügt also meine planche das dreckig gemacht genau also machen stockbrotteig genau damals gehört und du halt die klappe niemals du kennst mich lang genug jetzt mittlerweile den ganzen tag nur rum und spielt am handy rum da ist man mal beim zelt kurz und dann kommt der mischa noch ums exklusiv das zeug hier so aus hat hat was jawohl schön schön er behauptet ich würde den ganzen tag los rum hocken ja du nimmst du die kärme in der hand wenn ich mal sitzen ja du hast andauernd rum du hast ja dauernd rum jetzt wird es zeit dass du deine gurken vorbereitest weil dass man nicht mehr machen das ist scheiße wenn wir das heute durchziehen ja wenn der philipp hier nicht nicht freiwillig zum spielen aufhört dann rufen halt einfach an so leute hier wird jetzt philipp sein wetteinsatz ist ja nicht unbedingt das schatten sein sein auftrag hier vorbereitet die schokolade langsam zum schmelzen gebracht und jeder wo hier ist mit gefangen mit gehangen und deswegen machen wir gleich mehr von den gürkchen da sind wir heute eiskalt doch mal durchzählen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn gürtchen brauchen wir hier ist ja quasi das einzige dessert genau ich könnte mir das richtig geil vorstellen ja ich mir auch deswegen habe ich mich freiwillig gemeldet ich bin ja da werden die kurken ja da habe ich noch ein bisschen salz ruf für dich schokolade beträufelt eingetaucht ich möchte wissen wer das hier aufgespießt also ich würde mein salziger und salztrof du schätzen salziger und das muss ich nachher noch essen ja meine lieben ich habe schon drei zuschauer gibt es ja gar nicht eben erst eingeschaltet das bin ich und zwar live von meinem treffen und zwar hat mich der johnny von der grill show nominiert für eine etwas ekelhaftere challenge gewürzgurken überzogen mit schokolade und ja salz und da ich wirklich sehr sehr nette kollegen habe die ich jetzt mal alle zeigen wir haben sich bereit erklärt was nein du hast uns bereit erklärt gruppen zwar ein sehr sehr geiler zu und deswegen nominiere ich auch niemanden und ich bitte euch darum eine oder zwei personen oder drei personen zu nominieren und zwar hier haben wir die ganz tollen würdchen mit schokoladen naja nicht ganz so schön wie die schmiert aber geht trotzdem bitteschön dann würde ich sagen jeder nimmt sich ein schokolade so machen wir heute ich habe schon meine favoriten ich kann es nicht sein bitteschön dann bitte ich euch alle hier aufzustellen jeder sein glöckchen in die luft also ich höre gerade die ich sehe gerade die verbindung ich werde mal jetzt ganz herrlich wir probieren wir probieren es einfach hier wir müssen so rumstehen ja 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 dann steigen wir gar nicht so weit so weit kommt mal alle rum hast du schon gegessen? der Micha ist der einzige Profi der hat aus der kamera mitgenommen also dann vielen vielen dank dass ihr mit mir da durchgeht dann ein Gruß an Jonny hiermit löse ich meine wettschulden ein ich nehme das Bläh zurück ich nehme ja du hast dich schon aufgegett das schmeckt geil in diesem Sinne das schmeckt geil nicht abweichen, den ganzen Hals Bläh 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 avere es geht kelt das manifeste völlig das Chick würde ich will nicht schwanger das und Es schmeckt mir auch nicht. Kann man mal machen? So schlecht ist es. Aber trotzdem. Das ist geil. Das ist geil. Ganz ehrlich. Aber wenn man Prisezimt braucht, das ist Bombe. Prisezimt? Was ist denn? Das wird auch so ein Zimt nicht gesagt. Wie machst du? Gebt mir ein halbes Wort. Jan. Dein Stück oder dein Anteil gut. Ja, Leute. Wir haben unsere Götting gefuttert. Geteilte Meinung. Der eine hat gut geschmeckt. Den anderen nicht. Ich finde es gut. Jetzt sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Hier haben wir gerade noch eine zweite Gurke gemacht. Und hier werden auch noch weitere Gurken gemacht und verspeicht. Eugen, ich werde kotzer wie ein Pferd. Aber es gibt Leute, die mögen das. Ja, klar. Ich bin nicht schwanger. Jaja, das habe ich auch schon festgestellt. Sind Sie sicher? So, alle sagen, es ist eklig. Ich probiere es einfach mal. Ich habe jetzt hier... Du hast doch schon probiert. Das ist doch schon deine zweite, du Lügner. Okay. Dann ist das nur mein zweites Punkt. Das erste war echt lecker gewesen. Und zwar habe ich hier ein Stück Sauerkurke mit Schokolade und jetzt ab. Das ist ein Rimmelheiz. Das ist guter Scheiß. Das ist süß. Das ist okay. In diesem Sinn, ich mache aus. Süßsauer. Ich tue das. Danke. Der kommt gut. Geile Sache. Den Gurken ist blöd. Ich sage das nicht aus dem Wald. Das ist gut. So Leute, wir haben es jetzt nach drei. Der fleißige, harte Kern hier hat noch mit aufgeräumt. Einer fehlt doch jetzt noch, wo er mit aufgeräumt hat. Der ist auf dem Tö-Tö. Auf dem Tö-Tö. Ja, da hinten kommt noch der letzte der harten Truppe. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier noch komplett zusammengeräumt. Diverse andere haben ihr Zeug einfach bloß flacken lassen und haben sich ab in die Koje. Naja, so ist es halt. Ich danke euch hier jetzt noch, wo ihr da steht, auch im Namen von Philipp. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist jetzt in Ordnung, dass ich das so sage. Nochmal die Runde. Äh, Philipp, sein Schatz, ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch Feierabend für heute. Ja, und morgen machen wir noch ein Frühstück mit vielen, vielen Eiern. Und ratet mal, wer uns die aufkloppen darf. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, bis morgen. So, Freunde, der letzte Tag vor der Abfahrt. Die Meißen sind schon abgedüst. Der ganz harte Kern. Jetzt rennt der einfach da raus. Der ganz harte Kern ist noch da. Wir machen nämlich uns jetzt noch lecker Frühstück. Manuel hat schon die Eier aufgekloppt. Und hier haben wir jetzt dann unsere Zutaten. Manu, wie viele Eierchen sind das? 20. 20. Dann haben wir noch hier Pilze gefunden. Tomaten. Tomaten. Paprikas. Eine Sahne haben wir auch noch. Zwiebel. Eiber haben wir noch. Ob wir den jetzt brauchen, weiß ich noch nicht. Dann jede Menge Bacon. Käse. Noch mehr Bacon. Burger Buns haben wir. Deswegen machen wir Rühreiberger. Ja, und wir denken uns hier jetzt einfach irgendwas aus. Und manchen was zusammen. Oder? Jawohl. Ja. Nücke Steiner Barbecue ist auch noch da. Er hat es richtig auch gesprochen. Klub und Anerkennung. Alexgar.tv. Der Philipp ja sowieso. Aber jetzt lassen wir Manuel erstmal schnippeln. So, Freunde. Manuel hat mir das Gemüse klein geschnippelt. Das Philipp tut hier im Becken fast verbrennen lassen. Hätte ich fast wieder behauptet. Aber jetzt nur, um Philipp zu ärgern. Genau. Hätte ich jetzt auch. Ja, die Einen wollen sehr kross haben. Ich will nicht zu kross haben. Und ja, danach hauen wir alles auf die Platte drauf. Nächste Runde das Gerose Gemüsebrutzeln. Dann tun wir uns noch, ja, unsere Burger Buns auch etwas anbrutzeln anputzen. Der Manuel tut im Hintergrund grad noch die verrührten Eier etwas würzen. Mit was für einem Gewürz? Gickelzwürzer. Ist ja eigentlich für den Flügel. Aber Ei ist ja für den Flügel, ne? Geflügeltier. Also passt das. Jo, Leute. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die Rüeier. Das gerührte Ei drauf. Erstmal kommt eine Flasche Kühl drauf. Ach Philipp, du spielkündig. Ich hätte auch Butter gehabt. Ja, das hast du mir jetzt. Ja, die licht da drüben. Ich schüttel. Und du tust. Ich will doch mal. Warte drauf. Hau drauf. So. So. Philipp macht das noch auf den Ständen. Wow. Läuft. Schau mal, ob der Philipp das kennen kann. Der nimmt den Schwung von der Ecke. Schau mal, wie schön das ein kann. Kannst du auch unter den Rippen? Das hab ich ja vorher mit Eiswasser sauber gemacht. Das stimmt, Philipp. Kannst du ja mal was? Ja. Das ist auch noch schön. Das ist schön, Philipp. Das ist schnutzige Masse im Sack. Yes. Ja, hast du ja von wegen, ich kann was. Der Belanger. Ach, der nimmt ja auf. Ja, das sieht ja schon mal langsam so aus, als wär's früher ein. Oh. Ups. Mh. Schon wieder ein Probiererl abgezweigt? Ja. Mann, Michels, essen fällt ja auch nicht immer in die richtige Richtung. Wer's noch leicht schwappelig haben möchte, sollte jetzt kommen? Nee, ich mag's gerne etwas fester. Wie bei meiner Frau auch. Ja, irgendwie in eine Schüssel jetzt rein und dann gehen wir am Tisch und dann kann jeder seinen Burger selber zusammenbauen. Oder jeder kriegt eine Pfanne auf den Teller. Das können wir auch machen. Ja. Ich hör mir da ein schönes Spiegel einprotzeln. Ich fang jetzt ganz pauschal mal an. Lad mir mal drauf. Ja, das reicht schon. Das ist egal, wo ich hier was weggenommen habe. Ja, und dann bauen wir unsere Mörgerchen fertig zusammen. Ganz klar, jede Menge Bacon unten drunter. Ein bisschen mehr von unserem Gemüse. Pils, Paprika, Champignon. Krosses Bacon. Mh, krosses Bacon. Schnell, wenn er so krosses Bacon macht. Krosses Bacon ist mega. Klappt das, Philipp? Ja, das ist ja ein Knie. Das ist ja ein Knie. Das ist ja ein Knuss bei dem Mund. Mh. Das ist egal. Mh. 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 Schäbchen Käse. Und Rhode Boo, fertig essen. Rö 수도 keyword. Ganz einfach. Kann man definitiv essen. Ja, so machen wir jetzt noch gemütlich Frühstück, bevor wir nachher dann ja auch alle noch heimdüsen. Tja Leute, dann muss ich aber jetzt leider noch sagen, wir haben einen absoluten Minuspunkt für den Philipp. Was ist denn da der Buttermensch da? Der hat uns keinen Kaffee. Kein Kaffee. Kein Kaffee. Philipp, schäm dich. Das geht normal gar nicht. Das ganze Wochenende kein Kaffee. Das kannst du so auch nicht sagen. Gestern hattest du deinen Kaffee. Weil dein Dad einen für sich mitgebracht hat und der den mit mir geteilt hat. Ja, wenn man es gesagt hat, hätte es mir mal geschrieben. Also. Ich komme sehr gerne wieder auf dein Treffen. Aber nur, wenn es Kaffee gibt. Ich mache nur für dich Kaffee das nächste Woche. Nein, nicht nur für Michi. Dann sitzt du ja mal alleine da. Also. Wegen euch. Aber nur wegen euch. Also, ich glaube, er hat es kapiert. Denkste. Wir fahren wieder heim. Dann kann man ja vielleicht doch einmal Philipps Treffen 2.0 durchziehen. Ich wäre dabei. Ich auch. Ich auch. Jo. Ich auch. Ich werde jetzt dann gemütlich heimfahren. Daheim machen wir noch ein kurzes Privatfazit. Dann können wir nochmal über den Philipp herziehen. Juhu. Jippie. Und ansonsten. Bis später. Ciao, ciao. So, Freunde. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause angekommen. Habe auch schon mein Auto zum... Ne, Auto ist ausgeräumt. Muss die Sachen nur noch etwas verräumen wieder. Und abschließende Worte zu dem Treffen. Ich kann bloß sagen, es war spitze. Die Leute waren super gut drauf. Es hat soweit alles gut geklappt. Und der schreit definitiv nach dem Treffen 2.0. Wer da dann beim Philipp alles kommen wird, darauf habe ich wieder keinen Einfluss. Ein Fuß. Ein Fluss. Das ist dann seine Angelegenheit. Aber ich freue mich, wenn es stattfindet. Ich freue mich auch wieder an diesen herrlichen Platz, wo wir waren. Einfach genial. Ja. Philipp war ein super Treffen. Jederzeit gerne wieder. Das war dann mein Fazit noch dazu. Leute, wenn euch dieser Zusammenschnitt gefallen hat, würde ich mich natürlich über den Daumen freuen. Die Glocke aktivieren. Und wem die Live-Videos nicht gefallen, hey, einfach überspringen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.